Teil 1 von Das Schwert und die Schlangen von Karl Wilhelm Salice-Contessa Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Das Schwert und die Schlangen von Karl Wilhelm Salice-Contessa Erstes Kapitel Von der Ödenburg und ihren Bewohnern Meister Ezelino mit dem Dachsrenzlein In einem tiefen, tiefen Tal, mitten im wilden Gebirge, lebte einmal vor langer Zeit ein Mann mit seinem Sohn und zwei Knechten. Sie hatten sich ein geräumiges Haus in diese Einsamkeit hineingebaut und hatten es die Ödenburg genannt. Denn öde war die Gegend, ringsum auf viele Stunden, und ihr Haus das einzige im ganzen Gebirge. Der Mann hieß Wolfgang, sein Sohn aber Raimund. So hatten sie in diesem Tale miteinander gelebt seit 16 Jahren. Kein fremder Mensch war in dieser Zeit dahin gekommen. Niemand im ganzen Land wusste von der Ödenburg. Raimunds Mutter, die mit dahin gezogen, war vor zehn Jahren bereits gestorben, und Raimund jetzt so 18 Jahre. Doch hätte ihn jeder willig für älter genommen, denn er war hoch und schlank aufgeschossen wie eine Tanne und gewaltig an Brust und Armen. Kein Felsen stand ihm zu hoch und steil, kein Strom war ihm zu mächtig, kein Wild zu schnell. Da saß Wolfgang eines Abends mit ihm und mit den Knechten am Herde. Die Männer sprachen untereinander von der Zeit, da sie noch unter den übrigen Menschen lebten. Raimund hörte zu und hatte viel zu fragen. Draußen aber machte sich der Sturm auf, warf die Wolken, die schon den ganzen Tag zusammengeballt am höchsten Gebirgsrücken gehangen hatten, herunter in die Täler und fuhr schnaubend und brausend durch den Tannenwald. »Ist mir's doch«, sagte Wolfgang auf einmal und horchte, »ist mir's doch, als klopfe es draußen an der Tür. Was könnte das wohl sein?« »Es ist der Wind, Herr«, meinte Erich, der älteste von den Knechten. »Ja, der Wind«, rief Bolko, der andere Knecht, »wenn du das Wind nennen willst, was Hände und Füße hat. Zwei Hände und Füße, sag ich, auch wohl nach Gelegenheit einmal drei oder vier. Ich hör das Klopfen schon lange und weiß wohl, wer sich den Spaß macht. Aber man muss tun, als hörte man's nicht.« In dem klopfte es wieder laut und vernehmlich. Wolfgang und Erich sahen einander verwundert an. »Nun, so sieh doch einmal hinaus, Bolko«, rief Wolfgang endlich, »es könnte sich ja doch wohl jemand verirrt haben.« Bolko schüttelte den Kopf. »Nehm's nicht für ungut, Herr, ich stecke meine Nase nicht zur Tür hinaus, denn wer steht mir denn dafür, dass ich sie nicht vielleicht noch einmal so lang wieder hereinbringe?« »Der liebe Gott hat mich ohnedies schon in diesem Teil meines Leibes über die Gebühr gesegnet, und den Herrn, der draußen pocht, den kenn ich schon, der hat seinen Gefallen an derlei Späßen.« Indessen Bolko so sprach, war Raimund bereits aufgestanden. Er zündete eine Kienfackel auf dem Herde an und ging hinaus. Erich langte die blanke Streitaxt, die über ihm an der Wand hing vom Nagel, und folgte ihm. Es dauerte nicht lange, so traten die beiden wieder herein, mit einem kleinen Männlein. Das ging auf Herrn Wolfgang zu, grüßte ihn freundlich, und bat um Herberge für diese Nacht. Er heiße Meister Ezelino, sei für gewöhnlich wohnhaft in der Stadt Padua im Weltschland, Pflege aber des Sommers herumzuwandern, da und dorten in den Gebirgen, um den geheimen Kräften der Natur auf die Spur zu gehen, die sich in Kräutern, Steinen und Metallen auf das Wunderbarste an den Tag legen. So sei er denn auch hierher gekommen, und da sich diese Gegend besonders reich erwies an den seltensten Dingen, habe ihn dies unvermerkt immer weiter in dieses Gebirge hinein verlockt, bis er nicht mehr wußte, wo aus noch ein, und gar herzlich froh gewesen sei, als er endlich in der Abenddämmerung von oben herab dieses Haus im Tale entdeckt habe. Wolfgang hieß ihn willkommen und befahl Bolko, den Gast mit Speise und Trank zu erquicken. Bolko schob einen Tisch zum Feuer und sorgte für alles Benötigte, doch nahm er sich wohl in Acht, dass er dem Fremden nicht zu nahe kam. Meister Ezelino machte sich's bequem, legte seinen Mantel und ein kleines Dachsrenzlein ab, das er auf seinem Rücken trug, und setzte sich an den Tisch. Raimund sah ihm von der Seite zu und hatte seine Freude an der wunderlichen Behändigkeit, mit der der Kleine aß und trank, wobei das rote Spitzbärtlein an dessen Kinn sich possierlich auf- und niederbewegte. »Nun«, sagte der Gast endlich, »nun habe ich eurer Gastfreundschaft redlich Bescheid getan. Nun bitte ich um die Vergunst, dass ich euch gleichfalls bewirten darf.« Er holte mit diesen Worten eine Flasche und fünf silberne Becher aus seinem Ränzlein und schenkte ein. »Euer Met ist gut«, fuhr er fort, »aber ich denke, mein Wein auch. Er ist aus meinem Vaterlande.« Als Wolfgang und Erich von Wein sprechen hörten und die edle Gottesgabe so hell und klar wie lauteres Gold in den Bechern perlte, da war ihnen freilich beinahe zumute, als wenn sie die Sonne seit sechzehn Jahren zum ersten Mal wieder aufgehen sähen. Bolko aber trat dem Fremden schnell einige Schritte näher. Ja, der Mut wuchs ihm endlich so weit, dass er sich gleichfalls an dem Tische ihm gegenüber niederließ. Alle sprachen hierauf wacker zu. Auch Raimund schien Gefallen zu finden an dem neuen Getränk. So kamen sie der Flasche bald auf den Grund. Meister Etzelino holte noch eine aus dem Ränzlein und noch eine. Raimund wunderte sich freilich ein wenig, wie die drei Flaschen darin Platz gehabt hatten, die anderen aber nahmen daraus kein Arges und wurden gar bald munter und gesprächig. Der fremde Gast wußte viel und mancherlei zu erzählen, von den besonderen Dingen, die er auf seinen Reisen gehört, gesehen oder erlebt hatte. Ja, sagte er endlich, ich habe wohl mancherlei Wunderbares in der Welt erlebt. Das Allersonderlichste aber doch, und was mit nichts anderem zu vergleichen steht, das ist die Geschichte von dem Könige mit den Schlangen. Vielleicht ist sie euch schon bekannt, die ganze Welt spricht ja davon. Wolfgang bezeugte seine Unwissenheit und bat, er möchte ihnen doch die wunderbare Geschichte nicht vorenthalten. Nun, so wisst ihr doch wenigstens, sagte der Fremde, dass das ganze Land dort auf der anderen Seite des Gebirges von einem heidnischen, sehr mächtigen König beherrscht wird und dass dieser König Gieselherr heißt? Ja, ja, rief Wolfgang, das wissen wir nur zu gut. So? Nun, sprach jener weiter, dieser König Gieselherr ist es, von dem ich spreche. Er war, wie ihr vielleicht wisst, der Jüngste von drei Brüdern und also nicht dazu bestimmt, die Krone auf seinem Haupte zu tragen. Die beiden Älteren aber starben nacheinander schnell hinweg. Ja, ja, sie starben schnell hinweg, unterbrach ihn Wolfgang und lachte grimmig dazu. Zweites Kapitel Die Geschichte von dem König mit den Schlangen Die beiden Brüder starben, fuhr der Fremde fort, und Gieselherr ward König. Das ist er nun gewesen mit Ruhm und Ehren manches Jahr, und was er in Krieg und Frieden noch so keck oft unternahm, das führt er auch zu seinem Ziel und Ende aus, und seine Macht, sein Reichtum und sein Glück war in den Ländern weit und breit umher beinahe zum Sprichwort geworden. Seit einem Jahr aber etwa hat sich alles plötzlich gewendet. König Gieselherr ist jetzt der Elendste aller Menschen zu nennen, und um alle Schätze, die er aufgehäuft, möchte der Schlechteste seiner Untertanen nicht an seiner Stelle sein. Das soll sich also zugetragen haben. Als er eines Tages nämlich, wie man erzählt, auf die Jagd geritten und von seinem Gefolge abgekommen war, gelangte er tief im Wald zu einer Felsenhöhle. Aus dieser Höhle kommt ihm ein seltsames Geräusch zu Ohr, fast wie ein heftiges Blasen oder Zischen, und da er meint, das rühre vielleicht von einer verborgenen Quelle her, steigt er vom Pferde und geht hinein, sich zu erquicken. Das Zischen und Blasen wird immer stärker, je weiter er vorwärts schreitet, doch von einer Quelle ist nirgends eine Spur. Wohl aber sieht er plötzlich zu seinen Füßen zwei menschliche Gerippe liegen, und da er jetzt so fast erschrocken um sich schaut und seine Augen sich indes an die Dämmerung in der Höhle gewöhnt haben, sieht er auf dem Boden und an den Wänden neben ihm und an dem Gewölbe über ihm sich alles regen und bewegen, und gewahret endlich, dass es tausend und aber tausend Schlangen sind, die sich durcheinander ringeln und ihn mit glänzenden Augen anstarren und mit grässlichem Gezisch die Zunge ausstrecken nach ihm. Da sträubt sich sein Haar, das Entsetzen fasst ihm ins Mark seines Gebeins, und er taumelt zurück und wendet sich zur Flucht. In dem Augenblick aber schießen aus den beiden Menschen Gerippen zwei der größten Schlangen hervor, mit goldenen Kronen auf dem Kopfe, und folgen dem König nach. Und obgleich dieser sein Pferd erreicht und es über Berg und Tal, durch Sumpf und Moor, in gestrecktem Lauf dahin treibt und meint, den Schlangen zu entfliehen, sind sie dennoch immer an des Rosses Hufen und erreichen die königliche Burg zur gleichen Zeit mit ihm. Hier nun laufen auf des Königsruf die Diener alsbald zusammen und wollen ihrem Herrn zur Hilfe kommen. Allein die Schlangen stellen sich mit halb aufgerichtetem Leib an das innere Tor der Burg, durch das sich jener geflüchtet, und verwehren den Eintritt jedem, der sich naht. Aus ihren Augen schleicht allmählich sich das Grauen in aller Brust, wie sie der furchtbaren Schildwache gegenüberstehen, und endlich, als von einem plötzlichen Schrecken ergriffen und geschlagen, stäubt der ganze Haufen auseinander. Die Schlangen aber bleiben unverwandt, so stehen bis um Mitternacht. Da ringeln sie sich die Treppe hinauf und gerade nach des Königs Schlafgemach. Die Dienerschaft und alles Volk, das die unerhörte Meer versammelt, sie hören draußen vor der Burg das Hilfe-Rufen ihres Herrn, sie hören sein Angstgeschrei, das aller Ohren und Herzen zerreißt. Doch keiner wagt sich in die Burg hinein, bis endlich, als der Morgen graut, die Schlangen an dem äußeren Tor erscheinen und sich langsam an dem Abhang hinunter wälzen nach dem Walde zu. Und mit jeder Mitternacht seitdem sind auch die entsetzlichen Gäste wieder da und dringen in das Schlafgemach des Königs. Kein Tor und Wall, kein Schloss und Riegel hält sie auf und nagen und zehren, bis der Morgen graut an seinem Herzen. Der kommende Tag heilt darauf die Wunden zu, ergänzt das Verlorene, und die Gäste kommen um Mitternacht wieder zum vollen frischen Mahle. Zwar haben sich seitdem der wackeren Ritter und treuen Diener einige gefunden, die das unsägliche Elend ihres Herrn bejammern und welche tief in ihrer Brust die Schmach gefühlt, ihn also hilflos und ohne Beistand solcher grässlichen Qual zu überlassen, und diese haben sich um Mitternacht zu ihm begeben, mutig entschlossen, ihn zu beschützen gegen seine Peiniger und die Ungeheuer zu bekämpfen. Allein, zerfleischt und ohne Leben, sind sie am anderen Morgen auf den Stufen der Burg gefunden worden, und der unglückliche König Gieselherr harret noch bis diese Stunde seines Befreiers und Erlösers. Der Fremde schwieg. Da sprang Raimund empor von seinem Sitze, seine Augen funkeln. »So wahr mir Gott helfe«, rief er, »ich werde ihn befreien und erlösen.« »Unsinniger«, schrie Wolfgang zornig, »was beginnst du? Hier, wo Gott so sichtbarlich sein Rächeramt schon auf Erden verwaltet, willst du ihm frevelnd in den Arm fallen und sein Gericht aufhalten? Kennst du diesen König, den du von der gerechten Strafe zu befreien schwörst?« Nun, so wisse, als sein Vater starb, da ließ er seine Elternbrüder beide heimlich ermorden, weil ihm nach der Krone gelüstete. Er ließ sie ermorden mit Weib und Kind, und wahrlich nicht an ihm hat es gelegen, dass die schändliche Tat nicht gänzlich so vollbracht ward, wie er es wollte. Raimund schwieg einige Augenblicke. Dann reichte er jenem die Hand und sprach ruhig, »Vater, ich habe es geschworen, und so will ich es auch tun.« Meister Ezelino sprang schnell auf, zog Wolfgang auf die Seite und redete heimlich mit ihm. Wolfgang hörte nachdenklich zu. Dann wandte er sich, hob seine Augen gen Himmel und faltete die Hände, trat zu seinem Sohne und sprach mit feierlicher Stimme, »Wohl an, so ziehe hin, mein Sohn, und tue, was dein Herz dich heißt. Ich sehe deinen raschen Schwur als Gottes Stimme an. Morgen mit dem Frühesten brichst du auf. Meister Ezelino wird dich begleiten.« Das Schwert und die Schlangen Von Karl Wilhelm Salice Contessa Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Drittes Kapitel Das Alpenröslein Raimund reißt ab Die Morgendämmerung blickte oben kaum über den Bergen auf und unten im tiefen Tal um die Ödenburg herbergte noch die Nacht, als Raimund schon von seinem Lager aufsprang. Er öffnete leise die Tür und nahm den Weg nach einem Hügel, der nicht weit hinter dem Haus lag. Auf diesem Hügel war seine Mutter begraben. Er hatte seine Mutter sehr lieb gehabt, da sie noch lebte und hielt das Andenken an sie gar hoch und wert. Jetzt aber wollte er nicht von Dannen scheiden, ohne ihrem Grabe noch ein Lebewohl zurückzulassen. Als er eine Weile in stillen Gedanken daneben gestanden hatte, schlugen die ersten roten Strahlen der Morgensonne an den höchsten Gipfel des Gebirges, auf dem noch der Schnee lag, daß er wie ein König in seinem Purpurmantel über die dunklen Rücken und Häupter der anderen Berge weg ins Tal herab schaute. Da nahm Raimund bei dem Schimmer ein Alpenröslein auf dem Grabe wahr, das gestern da nicht gestanden hatte und ihm auch sonst noch niemals hier vorgekommen war. Er sah es als einen Abschiedsgruß an, den die geliebte Mutter ihm heraufgesendet, pflückte es ab mit nassen Augen und da in dem eben der Klang des Hifthorns von der Ödenburg herüberschallte, der ihn rief, begab er sich auf den Rückweg. Wolfgang und der Fremde harten schon seiner. Alles war zur Abreise bereit. Auch Bolko, der seinen jungen Herrn als Knappe begleiten sollte, hatte sich mit einem alten, verrosteten Panzerhemde und einem mächtigen, langen Schwerte dazu gerüstet. Wolfgang war still und ernst. Er reichte seinem Sohn einen Ring mit hellfunkelnden Steinen besetzt und gebot ihn, denselben wohl zu verwahren. Darauf schloß er ihn in seine Arme und segnete ihn, und gleichfalls still und ernst zogen die drei Wanderer von dannen. Meister Etzelino schien in dem Gebirge besser Bescheid zu wissen, als er gestern Abend vorgegeben hatte, denn er führte seine Gefährten einen anderen und kürzeren Weg hinauf, als beiden bekannt war. Die Sonne fing kaum an sich zu neigen, da standen sie bereits auf dem höchsten Rücken und schauten auf der anderen Seite hinab. Zu ihren Füßen dehnte sich weithin ein finsterer, ungeheurer Wald. Jenseits des Waldes aber sahen sie ein wohlangebautes Land, und viele Dörfer, Städte und Burgen blinkten weiß im Sonnenschein. Schaut dort, sagt der Meister Etzelino, auf jenem fernen Berg, der so einzeln steht in der Ebene, da prangt die Burg des Königs Giesel her. Das ist dein Ziel, junger Degen, dort harret dein ein schwerer Kampf. Du wirst ihn mit Ehren bestehen, ich baue fest auf dich, aber merke wohl auf das, was ich dir jetzt zu sagen habe. Nicht durch deine Kraft allein kannst du die beiden Ungeheuer bezwingen und erlegen. Sie sind Kinder der Hölle, und Hölle bezwingt nicht bloße Tapferkeit. Nur ein gewisses Schwert von besonderer Macht und Tugend, nur das mag deinem tapferen Arm den Sieg verleihen. Dies Schwert ist jetzt in der Gewalt feindlicher Mächte, denen daran liegt, dass es nicht auf Erden herrsche, und diese haben es verborgen, tief im Grunde unterirdischer Klüfte. Dort musst du es dir holen. In jenen blauen Bergen, die sich schroff und zackig in seltsamen Gestalten zur Rechten erheben, wirst du nähere Kunde finden. Dorthin also geht jetzt dein Weg. Ich aber kann dich nicht fürder begleiten, doch wenn du in Not bist, werde ich bei dir sein. Ziehe hin und sei standhaft. Dem festen Willen ist die Welt untertan. Dir aber, Freund Bolko, hinterlasse ich mein Dachsrenzlein. Das wird für euren Imbiss sorgen. Sei deinem Herrn treu und steh ihm wacker zur Seite in der Gefahr. Er reichte beiden die Hand zum Abschiede. Und noch eins, fuhr er fort, du bist nicht ritterlich gerüstet und geschmückt. Dort unten, wo der Rauch aus dem Walde steigt, da wohnt ein kunstreicher Waffenschmied. Dem bring nur einen Gruß vom Meister Ezelino, fordere, was du brauchst und lasse dich nicht abschrecken. Er ist ein wunderlicher Gesell und öfters nicht bei Laune. Doch ist er grob, so sei nur wieder hübsch grob. So wirst du am besten mit ihm fertig. Er mag dein erstes Probestücklein sein. Gott sei mit dir. Raimund und Bolko hatten noch viele Fragen auf den Lippen. Allein Meister Ezelino verschwand in dem Augenblick hinter einem Felsenstück. Viertes Kapitel Das erste Abenteuer Wie Raimund zu dem Schmied kommt Der Wald war dicht und wild verwachsen, von einem Pfade nirgends eine Spur. Raimund stieg von Zeit zu Zeit auf einen Baum, um die Richtung nach dem aufsteigenden Rauche nicht zu verlieren. Es kamen die beiden Wanderer nur mit großer Beschwerde und langsam weiter. Raimund ging schweigend voran, der Knappe zog murrend und leise fluchend hinterdrein. »Nehmt's mir nicht übel, junger Herr«, hob Bolko endlich an, »ich kann nicht länger schweigen. Mir frisst ein mörderischer Groll an der Leber. Ich muss ersticken, wenn ich ihm nicht Luft mache. Es geht hier nicht mit rechten Dingen zu. Der kleine Rotbart, ich möchte ihn gern anders betiteln, wenn wir nicht noch auf seinem Revier wären. Dem kleinen, Gott sei bei uns, den ich gar wohl kenne, oder ich will nicht Bolko heißen, er übt hier wieder einen von seinen Streichen aus, gebt Acht und hat uns nur zum Besten. Schon als ein Knabe hab ich solche feinen Stücklein von ihm erzählen hören. Ich sag euch, an der ganzen Meer von dem König mit den Schlangen ist kein wahres Wort. »Schweig still«, sprach Raimund, »und gib etwas zu essen her, mich hungert.« »Mich auch«, rief Bolko, »so wahr ich einen Magen habe. Aber ich bitte euch, bestellt euren Hunger auf ein andermal. Sagt lieber, es wäre alleweil niemand zu Hause. Er würde schlechte Unterhaltung finden. Ja, seht mich nicht so groß an. Unser Vorrat ist heute Morgen rein aufgezehrt worden.« »Nun aber, Meister Ezelinos Dachsrenzlein«, rief Raimund. »Ja«, erwiderte Bolko, »Meister Ezelino ist ein Ehrenmann. Er hat uns ein treffliches Mittel für die Augen auf den Weg gegeben. Ihr seht, was in dem Renzlein ist und wie es sich selber vor Vertruß darüber in tiefe Kummerfalten legt. Nichts ist darin, gar nichts. Es ist so leer, als woll's meinem Magen mit gutem Beispiel vorangehen.« Raimund hieß ihn nur hineinzufassen. Er zog kopfschüttelnd den Riemen auf und streckte die Hand hinein. Sogleich aber zog er sie mit großem Geschrei wieder heraus und warf ein mächtiges Bund Nesseln und Disteln weit von sich weg. »Nun, seht ihr, seht ihr«, schrie er, »wie der boshafte, verdammte Kobold sein Spiel mit uns treibt. Ich hab's euch ja gesagt.« Raimund nahm lachend den Sack auf, steckte die Hand hinein und brachte bald eine Flasche Wein und ein weißes Brot heraus. »Nun, siehst du, siehst du«, rief er, »Meister Ezelino ist doch ein Ehrenmann. Ein andermal halt nur deine Zunge im Zaum.« Da kam Bolko freudig herbeigesprungen, aß und trank und ließ den Meister hochleben, und beide machten sich hierauf wieder mit frischem Mute auf den Weg und gingen und gingen immer zu. Die Sonne war bereits hinter den Bergen, die Krähen flogen nach ihren Nestern, Eulen huschten leise durch den Wald, und Bolko fing schon wieder an, halblaut mit sich selbst zu reden und zu schimpfen. Da klangen auf einmal helle Hammerschläge von Ferne aus der Tiefe herauf. Die beiden Pilger nahmen freudig ihre Richtung dorthin. Es dauerte nicht lange, da sahen sie einen roten Schimmer an den Wipfeln der Bäume. Bald darauf flatterten einzelne Funken rasch hintereinander vor ihnen in die Höhe. Es ward immer heller um sie, und nach einigen Schritten standen sie an dem Rand eines Bergkessels, und ihnen gegenüber, an der anderen Seite, wölbten sich die schwarzen Felsen zu einem hohen, weiten Tor. Durch das Tor schauten sie hinab in eine geräumige Höhle. Darin war helle Glut, und dunkle Gestalten bewegten sich auf dem feurigen Hintergrunde hin und her. Hm, sagte Bolko, das sieht wohl eher nach dem Eingang zur Hölle aus als einer Schmiedewerkstatt, und dort hinunter sollen wir? Nun freilich, erwiderte Raimund, ich bin doch darum hergekommen. Und damit schritt er den Abhang schnell hinab. Bolko folgte ihm kopfschüttelnd. Als sie unten waren, erhob sich in der Höhle nach dem Takt der Hammerschläge ein Gesang von einigen rauen Männerstimmen. Raimund blieb stehen und hörte sich das wunderliche Lied mit an. Frisch daran, rasch hinaus, rühr dich, Gesell, Hammerspring ab und auf, Eisen glüht hell, freudig sprüht's Funken auf, dass bald ein Schwert wird draus. Frisch daran, rasch darauf, rühr dich, Gesell. Dunkel aus Grundes Nacht kommt's uns zum Schlag, Hammers und Feuersmacht treibt's blank zu Tag. Blank, das sich klar und rein, spiegelt der Himmel drein. Frisch daran, rasch darauf, rühr dich, Gesell. Und so zur Nacht hinab oder hinan, himmelwärts übers Grab, wieder macht's Bahn. Wähl dir das Beste hier, heute mir, morgen dir, frisch daran, rasch hinauf, Schwerttut ist schön. Das Lied gefiel Raimund. Er war neugierig, die Sänger zu sehen, und ging rasch durch das Felsentor in die Höhle hinein. Hier standen drei Knechte am Amboss und schlugen mit mächtigen Hämmern wacker drauf los, dass die Funken weit umher sprühten. Seitwärts aber saß ein Mann von schwarzem, finsterem Ansehen, der goldene Zierrate mit kleinen Hämmerchen und Meiseln kunstreich ausarbeitete. Den hielt Raimund für den Meister, trat also zu ihm und begrüßte ihn freundlich. Der Meister sah ihn scheel von der Seite an, erwiderte seinen Gruß nicht, sondern arbeitete fort. Raimund erhob seine Stimme, in der Meinung, dass jener vor dem Getöse ihn nicht recht gehört habe, und rief zum andern Mal »Guten Abend, lieber Meister«. Da fuhr der Meister zornig auf und winkte seinen Knechten. Die ließen alsbald ihre Arbeit liegen, einer von ihnen machte sich an Bolko, ergriff ihn bei den Schultern und schob ihn behend zur Höhle hinaus. Die beiden anderen aber faßten Raimund unsanft an den Armen an, willens ihm ein Gleiches zu tun. Doch jetzt ergrimmte Raimund über den schnöden Empfang, machte sich schnell die Arme frei, packte die beiden Knechte mit gewaltiger Faust und warf sie zur Erde, daß der Boden dröhnte. Dann ging er auf den Meister zu, der aufgesprungen war und einen großen Hammer ergriffen hatte, unterlief ihn flink, faßte ihn beim Kragen und schleuderte ihn an die Felswand, daß ihm alle Gebeine erkrachten. Dabei schrie er mit donnernder Stimme »Guten Abend, lieber Meister«. Und da jener von der Wand abgeprallt ihm wieder entgegentaumelte, faßte er ihn abermals, schleuderte ihn wieder zurück, und indem er seinen »Guten Abend, lieber Meister« wiederholte, machte er sich bereit, ihn also auch zum dritten Male zu empfangen. Da schrie der Meister schnell »Schön Dank, schön Dank, lass's gut sein, ich hab's schon gehört«. Und Kopf und Schultern reibend setzte er hinzu »Das muß wahr sein, ihr habt eine besondere Art zu grüßen«. »Ländlich sittlich«, erwiderte Raimund, »so hat mir mein Vater oft gesagt. Nach eurem Empfang meinte ich, es wäre hier der Gebrauch so.« Der Meister Schmied lachte laut auf. »Ihr gefällt mir nicht, übel, junger Gesell«, sprach er, »und scheint mir mein Mann zu sein. Was wollt ihr von mir?« Raimund brachte ihm nun einen freundlichen Gruß von Meister Ezelino und trug ihm dann bescheiden sein Begehr vor. »So, so«, rief Meister Welf, »von dem kommt ihr.« »Warum habt ihr das nicht gleich gesagt?« Das Feuer teilt einem, der immer damit zu schaffen hat, leicht etwas von seiner Natur mit, macht verdrießlich und zum schnellen Zorn geneigt. Auch treibt sich hier im Walde mancherlei Volk herum, und ihr, nehmt mir's nicht für ungut, mit eurem Bärenfell um die Schultern und der Krummbeinige da mit seinem verrosteten Panzerhemd, ihr seht mir beide ein wenig verdächtig aus. Nun, dafür soll aber bald Rat werden. Die beste Rüstung, die ich habe, steht euch zu Diensten. Ich meine, ihr werdet sie mit Ehren tragen und meiner Arbeit keine Schande machen.« Mit diesen Worten zündete er eine Fackel an und führte Raimund in eine anstoßende Felsenhöhle. Da hingen nun Rüstungen und Waffen von mancherlei Art und Gestalt umher. Dem jungen Kempen schlug das Herz vor Freude bei dem Anblick. Meister Welf hieß ihn wählen. Er wählte sich, nach langem Besehen und Überlegen, endlich eine schöne, blau angelaufene Stahlrüstung mit silbernen Nägeln und Verzierungen. Der Meister bestand darauf, er solle gleich versuchen, ob sie ihm gerecht sei, und Bolko ward herbeigeholt, seinen Herrn zu wappnen. Als nun der junge Held von den Schultern bis zu den Füßen herab, ganz gerüstet, hoch und herrlich vor ihnen stand, und das lichtbraune Haar in anmutigen goldenen Wellen und Ringeln ihm vom Haupte herabfloß, und die Augen ihm in der Freude seines Herzens leuchteten und strahlten wie das aufgehende Zwillingsgestirn, da konnten die beiden nicht satt werden, ihn zu betrachten. Und Meister Welf sagte, Wahrlich, der junge Gesell sieht schön und stattlich aus wie ein Königssohn, und weiß ich ihn mit niemandem zu vergleichen als mit Prinz Gundibert, des jetzigen Königsbruder, da er noch lebte und jung war. Er ging und brachte einen trefflichen Helm herbei. Eine kunstreich gearbeitete silberne Schlange ringelte sich oben über die Wölbung hin. Als Raimund die Schlange erblickte, rief er freudig, »Das ist ein gutes Zeichen, Meister, dass ihr mir gerade diesen Helm bringt.« Und er erzählte ihm dann, in welcher Absicht er sich aufgemacht und wie er jetzt nach den blauen Bergen gen Morgen ziehe, um sich dort zuvor das Schwert zu holen, mit welchem er zu siegen hoffe. »Wahrlich«, sagte der Schmied, »ihr habt nichts Geringes unternommen. Doch scheint ihr mir gerade der Mann unter Tausenden, dem es vielleicht gelingen möchte. Ruht euch nur diese Nacht bei mir aus. Morgen will ich euch den Weg beschreiben, den ihr zu nehmen habt. Die Rüstung übrigens geht auf Meister Ezelinus Rechnung. Ende von Teil 2 Gelesen von Hokus Pokus Teil 3 von »Das Schwert und die Schlangen« von Karl Wilhelm Salice Contessa Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Fünftes Kapitel Das zweite Abenteuer Torhilde und die Waldkönigin Als Raimund am anderen Morgen zur Abreise gerüstet aus der Höhle trat, fand er zwei gesattelte Rosse zu seinem Gebrauch. »Das geht alles auf Meister Ezelinus Rechnung«, antwortete der Schmied auf seine Frage. »Die Zahlung ist mir gewiß.« Hierauf wies er ihn mit kurzen Worten an, wie er ein Roß zu besteigen und zu führen habe, und obgleich Raimund noch niemals zu Pferd gesessen hatte, wußte er sich doch sehr bald darin zu finden und tummelte den mutigen Braunen wacker auf dem Rasen hin und her. Dann nahm er freundlich Abschied von Meister Welf und trabte mit seinem Knappen frisch in den Wald hinein. Sie ritten immer so fort, wie ihnen der Weg bezeichnet war. Meister Welf hatte ihnen verheißen, dass sie noch vor Sonnenuntergang aus dem Walde kommen sollten. Allein die Sonne ging unter, die Nacht brach ein, und noch immer zeigte sich des Waldes kein Ende. »Aus dem Wald kommen«, brummte Wolko, »ja, hat sich was. Wir kommen immer tiefer hinein. Wenn wir nur noch acht Tage so drin herumreiten, so mögen wir von Glück sagen. Vielleicht finden wir in unserem ganzen Leben keinen Ausgang. Ich hab's mir gleich gedacht. Der Meister Welf lässt uns den kräftigen guten Abend von gestern nicht so hingehen. Wer weiß, in welchen höllischen Abgrund uns dieser Weg führt.« »Still«, rief Raimund und hielt sein Pferd an. »War mir's doch, als hörte ich das Hifthorn von der Ödenburg.« Wolko seufzte. »Ach, du gute Ödenburg, ich wollt, ihr hättet recht gehört, und wir wären zu Hause.« In dem hörten sie in der Tat ganz deutlich den Klang eines Hifthorns in der Ferne. Bald gesellte sich Hundegebell und wildes Geschrei dazu, und der Lärm kam immer näher. »Gebt eurem Pferd die Sporen«, schrie Wolko, »macht, daß wir fortkommen. Das ist die heidnische Waldkönigin Diana, die alle Weile mit ihren Stringholden und anderm heidnischen Weibsvolk das nächtliche Reiten anstellt durch ihr Gebiet. Kommt ihnen ein Christenmensch in den Weg, so ist er verloren. Macht fort, reitet zu, daß wir ihr noch entwischen.« Allein Raimund meinte, das sei nicht Not. Wie Vater Wolfgang ihm oft gesagt, hätten die bösen Geister keine Gewalt über den, der sich selbst keiner bösen Tat bewußt sei, noch böse Gedanken in sich hege. Und so wollte er sich die Gelegenheit nicht entgehen lassen, einmal solchen nächtlichen Unwesen in der Nähe zuzusehen. Sie waren unter diesen Reden ganz langsam fortgeritten und kamen jetzt auf einen freien Platz. Da hörten sie plötzlich raschen Hufschlag hinter sich, sahen etwas Weißes durch die Bäume schimmern und erkannten endlich bei dem schwachen Dämmerlichte, welches der Tag noch zurückgelassen hatte, eine weibliche Gestalt auf einem weißen Pferde. Das kam in gestrecktem Lauf grad auf sie zu. »Das ist sie, das ist sie!« schrie Bolko. »Gott, steh uns bei!« Raimund wandte sein Pferd und hielt. Als die Reiterin ganz nahe gekommen war, hielt sie ebenfalls ihr Ross an, sprang herab und indem sie sich vor Raimund auf die Knie warf, flehte sie ihn mit rührender Stimme um Hilfe und Schutz vor ihren Verfolgern an. »Das ist euch gewährt, Jungfrau«, sprach Raimund. »Steigt nur wieder zu Pferd und haltet euch dicht bei mir. Mit Gottes Hilfe denke ich, euch zu beschützen gegen jedermann.« Er hatte kaum ausgesprochen und die Jungfrau kaum Zeit, nach seinem Geheiß zu tun, da war der höllische Lärm, den sie von fern gehört, auch schon ganz nahe. Von allen Seiten brach es durch die Gebüsche. Der ganze Platz füllte sich mit wunderlichen Gestalten aus. Es waren, soviel sich erkennen ließ, lauter Weiber, die auf Pferden, Hirschen, Einhörnern und sonst auf abenteuerlichen Tieren einherritten. Sie umringten Raimund mit entsetzlichem Lärm und Geheul und schrien, »Gib sie heraus!«, »Gib sie heraus!« Mitten durch das Gewimmel aber sprengte auf einem schwarzen Rosse eine hohe, stattliche Frau daher. Sie war grün gekleidet. Auf ihrem Haupte trug sie einen halben Mond, von kostbaren Steinen, wie es schien, und dieser strahlte mit so hellem Lichte, dass er den wirklichen Mond am Himmel darin noch übertraf und weit umher alles erleuchtete. »Wohin gehst du?«, sprach sie zu Raimund. »Wohin willst du, schöner Knabe, Heldensohn? Kehre um, du gehst in deinen Tod. Kehre um, komm mit mir. Glück und Ruhm verheiß ich dir, von keiner noch besessen hier auf Erden. Schöner Knabe, Heldensohn, König der einst, komm mit mir.« Raimund war nicht anders zu Mut, als ob die Stimme tief in sein Innerstes dränge und sein Herz auflöste in Lust und Sehnsucht, und als er ihr, die Sprache, ins Gesicht schaute, vermochte er seine Augen nicht mehr abzuwenden. Er fühlte sich wie trunken und taumelnd. Eine wunderbare Glut brannte in seinen Adern, und halb bewusstlos, wie er war, kam es ihm vor, als ob die Blicke, die die schöne Jägerin aus ihren dunklen Augen auf ihn schoss, ihn mit einem feurigen Netz umwebten und umstrickten und ihn mit Gewalt hinüberzögen zu ihr. Da drängte sich die Jungfrau ihm zur Seite, hart an ihn, und er griff ängstlich seine Hand, ihn mit sich fortzuziehen. Halb unwillig wandte er sich nach ihr, doch als er das Bleiche und doch so schöne Gesicht sah und die blauen Augen, die so flehend nach ihm aufblickten, da fühlte er sich plötzlich im Innersten verwandelt. Er wusste nicht, wie es kam, dass ihm seine Mutter einfiel, wie sie oft mit den milden blauen Augen ihn so freundlich und doch so wehmütig angesehen. Und er faßte schnell nach der Alpenrose von ihrem Grabe, die er in seiner Scherpe verwahrt trug, und zog sie hervor, und in dem Augenblick war es, als ob ein Sturmwind unter den Haufen führe, der ihn umgab. Mit entsetzlichem Geheul und Geschrei stäubte er auseinander, und Raimund, von plötzlichem Grausen erfasst, nahm das Pferd der Jungfrau am Zügel und sprengte mit ihr davon, ohne sich weiter umzusehen. Ein gräuliches Ungewitter erhob sich und tobte hinter ihnen her mit Sturm und Hagel, Donner und Blitzen, und durch das Toben hindurch vernahmen sie das Geschrei und Geheul der Weiber, die sie verfolgten, und da Bolko nicht so rasch nachkommen konnte, fiel er ihnen in die Hände, und sie setzten ihm mit Stoßen und Schlagen, Zwicken und Kneipen so mörderisch zu, dass er vor Angst lauter schrie und brüllte, als alle die Weiber miteinander. Endlich ward der Wald Lichter. Bald erreichten sie das Freie und hielten an. Bolko stürzte atemlos herbei, Ross und Reiter mit Schweiß und Schaum bedeckt. »Nun, junger Herr«, schrie er, »ihr werdet an euren Fürwitz gedenken wie ich, und solltet ihr die Geschichte jemals vergessen, so habt ihr an mir ein stetes Erinnerungsbuch bei euch, denn auf meiner Haut steht sie wie auf altem Pergament, mit blauen Buchstaben so deutlich und nachdrücklich geschrieben, dass sie die Engel, die mit der Posaune zum jüngsten Gericht blasen, noch darauf lesen können.« Er begann darauf, im Weiterreiten nach seiner Art auf den Schmied, sowohl als Meister Ezelino zu schimpfen und beide zu verwünschen, bis ihn ein heftiger Blitz und Donnerschlag schnell zum Schweigen brachte. Bei dem Blitzer aber wurden sie gewahr, daß ihnen ganz nahe zur Seite auf einem Hügel eine alte Burg sich erhob, mit vielen Türmen und seltsam ausgezackten Mauern und Zinnen. »Wenn mich nicht alles trügt«, rief die Jungfrau, »so bin ich hier am Ziel meiner Reise, denn so ward mir die Burg beschrieben, wo ich das finden soll, was ich suche.« »Ihr sollt wissen, edler Ritter«, fuhr sie fort, »dass ich Thor Hilda heiße und eine Tochter des Königs bin, der dieses Land beherrscht.« »Des Königs Giesel her?« rief Reimund mit Verwunderung. »Desselben«, erwiderte Thor Hilda. »Wenn ihr seinen Namen kennt, so kennt ihr auch ohne Zweifel sein unerhört entsetzliches Schicksal. In der Hoffnung, es wenigstens zu mindern, bin ich ausgezogen, denn die Herrin dieser Burg soll im Besitzer einer Laute sein, deren wunderbare Töne alle Schmerzen lindert und manchem bösen Zauber widersteht. Durch einen Zufall kam ich heute gegen Abend von meinen Begleitern ab und fiel der wilden Weiberschar in die Hände, von deren Verfolgung ihr mich so großmütig befreitet.« »Nun, beim Himmel«, rief Reimund aus, »das kann sich nicht seltsamer treffen. Auch ich bin ausgezogen eurem Vater zur Hilfe und Rettung.« Und damit erzählte er ihr, wie alles gekommen, und unter diesem Gespräche ritten sie in die Burg. 6. Kapitel Das dritte Abenteuer Was sich mit Bolko in der Burg zugetragen Reimund sowohl als Thorhilder waren von der Burgfrau freundlich und liebreich aufgenommen worden. Reimund hatte manchen guten Rat von ihr erhalten, wie er zu dem Wunderschwert gelangen möchte, und Thorhildens Schönheit und stille Anmut hatte schnell ihr Herz gewonnen. Sie zeigte sich bereit, ihr Verlangen zu erfüllen, und Reimund beschloss, am anderen Morgen weiterzuziehen, so gern er auch noch dort geblieben wäre, denn er dachte allezeit an Vater Wolfgang Sprüchlein. Selber, hintereinander und behend, das bringt wohl alles zu End. Bolko hatte sich indessen Wohl sein lassen, mit den drei Zwergen, welche die Bedienung in der Burg versahen, die sich als muntere Gesellen zeigten und ihren Gast aufs Beste bewirteten. Dabei war denn zuletzt auch das Dachsrenzlein zu Rate gezogen worden und hatte die lustige Kumpanschaft mit mancher Flasche so wohl beraten, dass sie endlich samt und sonders mit einem guten Rausche versehen zu Bett taumelten. Diesen mochte Bolko nun wohl nicht völlig ausgeschlafen haben, als die Morgensonne, die gerade auf seine Augen schien, ihn aus dem Schlaf erweckte, denn indem er sich an den Befehl seines Herrn erinnerte, frühzeitig bei der Hand zu sein und in den Hof gehen wollte, nach den Pferden zu sehen, stieg er, anstatt die Treppe hinabzusteigen, vielmehr eine Treppe hinan und wunderte sich nicht wenig, als er hier, statt nach seiner Meinung in den Stall zu kommen, in ein hochgewölbtes, reiches Gemach trat. Spiegelblanke Säulen von Marmor standen ringsum an den Wänden und zwischen den Säulen riesengroße Bilder von Erz und Stein. Bolko betrachtete alles mit Erstaunen, und da er gegenüber noch eine halboffene Tür gewahrte, konnte er dem Verlangen nicht widerstehen, sich weiter umzusehen und trat in eine zweite Halle, die auf ähnliche Weise, aber statt der Bildsäulen mit großen Gemälden an den Wänden ausgeschmückt war. Hier befand er sich nun recht in seinem Elemente, denn sein Vater war ein Maler gewesen und hätte den Sohn gleichfalls zu seiner Kunst erzogen, wenn er nicht frühzeitig weggestorben wäre. Von daher blieb Bolko indes allzeit eine große Neigung zur Malerei. Er lief nun hier mit einem besonderen Vergnügen vor den herrlichen Bildern auf und nieder, und wußte gar nicht, wo er anfangen sollte zu schauen. In dieser Unruhe stieß er auf die Tür zu einem dritten Gemache, öffnete sie gleichfalls und sah sich nun mitten in einer großen Malerwerkstatt. Auf der Wand ihm gegenüber stand ein treffliches Gemälde von vielen Figuren in ganz veralterter Tracht, dessen Farben jedoch so lebhaft und frisch waren, als hätte der Meister eben erst die letzte Hand daran gelegt. Allein zu seiner Verwunderung bemerkte er in der Mitte desselben einen ganz leeren weißen Raum. Das kam ihm sehr seltsam und fast ärgerlich vor, und je länger er das Bild betrachtete, desto ärgerlicher und unerträglicher ward ihm der weiße Fleck, und er fühlte eine große Begierde, diesem hässlichen Übelstand abzuhelfen, so dass er endlich schnell nach einem Pinsel griff und sich einige Farbtöpfe zusammentrug, um den Fleck zu übermalen. Da er nun dabei einem großen Spiegel gegenüber kam und sich selbst darin erblickte, fiel er auf den Gedanken, sein eigenes Bild in dem leeren Raume anzubringen, welches er auch auf der Stelle ins Werk setzte. Die Arbeit ging ihm über die Maßenruth vonstatten, der Pinsel flog in seiner Hand, und in kurzer Zeit sah er sein wohlgetroffenes Ebenbild in Lebensgröße vor sich stehen. Darüber spürte er nun großes Vergnügen, er beäugelte das Bild von allen Seiten mit Wohlgefallen und trat endlich auch vor den Spiegel, um sich darin zu betrachten, wie die Maler pflegen. Hier kam es ihm noch weit schöner, ja, in der Tat fast als wie lebendig vor, und er nickte ihm in der Freude seines Herzens einen freundlichen Gruß zu. Doch siehe, da deuchte ihm auf einmal, als nicke das Bild wieder zurück. Ein wenig erschrocken und in der Meinung, dass ihn der Spiegel getäuscht, kehrte er sich schnell um, ging einige Schritte gegen das Bild, blieb dann stehen und wiederholte seinen Gruß. Und siehe, das Bild fing an, die Augen zu verdrehen, verzerrte das Gesicht zu einem freundlichen Grinsen und nickte ganz deutlich dreimal mit dem Kopf. Darüber kam Bolgo doch ein Grausen an, und es lief ihm kalt über den Rücken, und er zog sich langsam, die Augen immer gegen das Bild gewendet nach der Türe. Allein, so wie er zurückwich, fing auch das Bild an, Arme und Beine zu bewegen, als wollte es ihm folgen. Zur gleichen Zeit wurden auch die anderen Figuren an der Wand lebendig, regten die Glieder und nickten mit den Köpfen, und endlich schritten sie alle miteinander, Männer, Weiber und Kinder, wirklich aus der Wand heraus und traten auf Bolgo zu. Dieser aber rannte nun voll entsetzen nach der Tür und glaubte sich durch die Flucht von der ungebetenen Begleitung loszumachen. Allein, als er in die anstoßende Gemäldehalle stürzte, waren dort die Figuren aus den Wandbildern sämtlich auch schon in voller Bewegung und kamen ihm entgegen und nickten mit den Köpfen. Zugleich hörte er die aus dem ersten Zimmer hinter sich her schlürfen und rascheln, und er blickte dicht neben sich sein Ebenbild, welches alle seine Bewegungen und Gebärden wie ein Spiegel aufs Treuste nachahmte oder vielmehr zur gleichen Zeit mit ihm machte. Das brachte ihn nun vollends außer sich. Halbbewusstlos, ohne Atem, sprang er in das folgende Gemach. Aber, o Entsetzen, auch hier stiegen die Riesenbilder von Erz und Stein eben von ihren Fußgestellen, marschierten in bester Ordnung mit schweren Tritten, tapp, tapp, dass die Fenster klirrten nach dem Ausgang, stellten sich dort in einer langen Reihe vor die Türe, sodass an kein Entwischen zu denken war, und begrüßten Wolko gleichfalls mit langsamem und feierlichem Kopfnicken. In der Todesangst rannte er nun hin und wieder, sein Konterfei immer mit ihm, und suchte nach einem Ausweg und konnte keinen finden, und von der anderen Seite her raschelte und schlürfte die gemalte Gesellschaft ihm immer näher auf den Leib und warf ihm entsetzliche Blicke zu, während dort die großen blinden Augen der Bildsäulen ihn auf eine fast noch grässlichere Weise anstarrten. Endlich, da er sich nicht mehr zu retten noch zu helfen wußte, warf er sich platt auf den Boden nieder und fing aus allen Leibeskräften an, um Hilfe zu schreien. Unter dieser Zeit hatte Raimund zur Abreise gerüstet, seinen Knappen überall vergebens gesucht und gerufen, bis er endlich das gewaltige Tapp, Tapp über sich vernahm, wovon die ganze Burg erdröhnte und bald darauf auch Bolkos Geschrei hörte. Sogleich lief er die Treppe hinan, und die Burgfrau, die das Vorgegangene zu ahnen schien, folgte ihm nach. Hier erblickten sie nun mit Erstaunen das wunderliche Schauspiel. Die Burgfrau aber sprach mit feierlicher Stimme, Traum von Farben Erz und Stein, scheinen sollst du nur, nicht sein, und berührte eines der steinernen Bilder mit einem kleinen Malerstäbchen, das sie in der Hand trug. Sogleich stob die ganze Versammlung auseinander, die Bildsäulen standen im Nu wieder auf ihren Fußgestellen, und die anderen Gestalten nahmen ihre Plätze wieder in den Wandgemälden ein, wie zuvor. Allein, nicht also, geschah es mit Bolkos Ebenbilde. Die Burgfrau berührte es umsonst mit ihrem Stäbchen, es bezeigte nicht die geringste Lust, sich wieder an seinen Platz zu verfügen, sondern begleitete Bolko auf allen Tritten und Schritten und stieg endlich mit ihm sogar die Treppe hinab in den Hof, wo die Pferde bereits gesattelt standen. Wohl, wohl, sagte die Burgfrau lächelnd, ich merke, wer du bist. Du wirst dich nun schon drein ergeben müssen, Bolko, ich kann dir nicht helfen. Bolko aber, der die Pferde sah, dachte sich doch vielleicht noch selbst zu helfen. Als daher Reimund Abschied genommen hatte von der Burgfrau und von Torhilden und eben aufsitzen wollte, da sprang jener auf einmal wie ein Blitz auf sein Pferd und jagte davon, in der Meinung, dass sein Konterfei ihm so schnell nicht würde folgen können. Doch indem er sich nach ihm umsehen wollte, wo es geblieben, da saß es auch schon wieder hinter ihm und grinste ihm freundlich über die Schulter entgegen. Nun denn, schrie er, indem er vom Pferde sprang, beim heiligen Antonius, der in seiner Wüste nicht tolleres Zeug erlebt hat, als ich heute, ich ergebe mich, es ist mir in Zeit von vierzig Jahren gelungen, mich an mich selbst zu gewöhnen, ja sogar mich recht leidlich lieb zu gewinnen, so kann es mir wohl auch mit dir so gehen, der du ja mein Bruder und zugleich mein Sohn bist. Der Himmel gebe mir nur gehörig Zeit dazu. Lachend befahl die Burgfrau noch ein Pferd herbeizuführen für Bolkos Konterfei. Lachend erfüllten die Zwerge den Befehl und lachend trabte Raimund mit seinem Bolko Nummer eins und Bolko Nummer zwei zum Tore hinaus. Ende von Teil drei gelesen von Hokuspokus Teil vier von Das Schwert und die Schlangen von Karl-Wilhelm Solize Kontessa Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Siebentes Kapitel Das vierte Abenteuer Wie Raimund sich das Schwert gewinnt. Der Tag ging auf die Neige, als Raimund mit seinen zwei Knappen von einer Anhöhe herab die blauen Berge ganz nahe vor sich liegen sah. In tausend und abertausend einzelnen Klippen, Säulen, Pfeilern und Türmen starrten die grauen Felsen zum Himmel empor wie Trümmer einer ungeheuren Riesenstadt. Raimund ritt gerade darauf zu und folgte einem Wege, der in das Innere dieses Felsenwaldes zu führen schien. Immer nackter und schroffer wurde das Gestein, immer seltsamer seine Gestalt, so daß es bald mit mancherlei Tieren, bald selbst mit Menschen zu vergleichen war. Endlich gelangten sie auf einen runden Platz, der ringsum mit einer steilen, glatten Felswand umgeben war und keinen anderen Ausweg zu haben schien, als den, durch welchen sie kamen. Ihnen gegenüber rauschte ein starker Bach wie ein breiter Wasservorhang an der Steinwand hoch herab. »Nun, wie weiter, Bolkuchen«, sprach Bolko zu seinem Ebenbilde, an dessen Begleitung er sich bereits so weit gewöhnt hatte, daß er anfing, allerlei Possen mit ihm zu treiben. »Sprich »Sprich doch nur endlich einmal ein Wörtchen, ich kann solch stumme Gesellschaft nicht leiden, du schlägst wahrhaftig ganz aus der Art, mein Söhnchen.« Und jener, ob er gleich wie gewöhnlich die Lippen bewegte, solange Bolko sprach, brachte er doch keinen Laut aus seinem Munde. »Hier durch das Wasser geht unser Weg«, rief Reimund, und ohne weiter auf Bolko zu hören, der ihm die Unmöglichkeit vorstellte, ritt er gerade mitten in den Wasservorhang hinein. Bolko hatte keine Lust allein zurückzubleiben und musste sich also entschließen, ihm zu folgen. Sie kamen alsbald in eine schmale Kluft, die hinter dem Wasser durch den Felsen ging und sahen nach einer Weile wieder den blauen Himmel über sich. Doch war ihnen dadurch nicht viel geholften, denn sie bemerkten bald, dass der Platz, auf dem sie sich befanden, gleichfalls rundum eingeschlossen war und nirgends weiter einen Ausgang zeigte. Vergebens untersuchte Raimund den ganzen Umkreis genau. Bis zu einer Höhe von mehr als hundert Ellen hinauf war das Gestein überall so steil und glatt wie eine Mauer. Nun, hier hat die Welt ein Ende, rief Bolko, und hoffentlich auch unsere Reise. Lasst uns gleich umkehren, es ist nicht anders, wenn nicht etwa Meister Ezzelino der Taschenspieler kommt und uns auf der Stelle in Vöglein verwandelt, so müsst ihr euch schon drein geben. Aber seht nur, wie wunderlich, fuhr er fort, ich spreche von Meister Ezzelino und da sitzt er ja leibhaftig vor uns. Er zeigte bei diesem Wort auf einen mächtigen Felsenberg, stand in der Tat, dass der Berg ganz so aussah wie ein in Stein gehauenes, ungeheures Riesenbild von Meister Ezzelino, sogar das rote Spitzbärtlein war nicht vergessen. Indem sie aber noch mit Erstaunen das seltsame Naturspiel betrachteten und ihnen die einzelnen Züge des Bildes immer deutlicher hervortraten, kam es ihnen auf einmal vor, als ob der Kopf desselben anfing sich zu bewegen und in demselben Augenblicke löste sich ein gewaltiger Felsbrocken ab, der die Nase vorstellte, wohl so groß wie ein Haus und fiel krachend herunter. Der Kopf selbst folgte bald hinter drein, Hände und Arme lösten sich gleichfalls und endlich stürzte die ganze Gestalt mit einem entsetzlichen Donnergeprassel in sich zusammen. Raimund und seine Gefährten konnten sich kaum vor den Felsenstücken retten, die bis zu ihnen herabgerollt und gesprungen kamen und wurden von einer Wolke von Sand und Staub so dicht eingehüllt, dass keiner den anderen sah. Als sich diese aber nach einer Weile wieder zerteilt hatte, bemerkte Raimund als bald zu seiner großen Freude, dass nun über die Trümmer des zusammengestürzten Berges hinweg die schroffe Felswand ganz ein gleiches tun und schritt Meister Ezelino laut preisend über die Felsblöcke wie über eine Treppe schnell hinan. Hier verwandelte sich nun auf einmal der Schauplatz. Sie meinten aus dem Leben plötzlich in das starre Reich des Todes versetzt zu sein. Kein Baum, kein Strauch, kein Grashalm war zu sehen. Nicht einmal ein dürftiges Moos hatte sich an die zackigen schwarzen Klippen einer in Feuer aufgegangenen Welt um sie her standen. Rote und gelbe Schwefelkristalle schauten aus den Ritzen des verbrannten Gesteins wie grelle Flammen aus der Nacht. Um desto mehr verwunderten sie sich, als sie bald darauf an dem Eingang einer Höhle einen Baum stehen sahen, der zwar keine Blätter an seinen nackten Zweigen aber die schönsten goldfarbenen Früchte trug. Bolko konnte dem widerstehen von den herrlichen Früchten zu kosten und obgleich Raimund ihn warnte pflückte er einige ab und aß. Sein Konterfei tat des Gleichen und verdrehte die Augen und schmatzte vor Vergnügen und siehe da auf einmal rief es mit lauter Stimme ach ach das schmeckt Raimund und Bolko staunten nicht wenig als ihr stummer Gefährte so plötzlich zur Sprache gelangt war dieser aber fuhr fort zu schmatzen und zu schwatzen und Bolko freute sich darüber weil er nun meinte er jemand hätte mit dem er sich unterhalten könne wenn sein herr nicht auf ihn hören wollte alle allein seine freude verkehrte sich bald in verdruß so oft er anfing zu sprechen ließ ihn jener gar nicht mehr zu worte kommen ja er wurde bald gewahr dass sie die rollen gänzlich miteinander vertauscht hatten denn anstatt dass sein ebenbild bisher ihm alle seine Bewegungen nachgemacht hatte so fühlte er sich jetzt im Gegenteil zu seinem großen Schrecken gezwungen selbst alles zu tun was jenes tat als nämlich raimund sich anschickte in die höhle hinab zu steigen grausete bolko vor der finsternis darin und er wäre gern hier zurück geblieben hatte auch bereits die erlaubnis dazu von seinem herrn allein da bolko nummer zwei immer munter vorwärts schritt fühlte bolko nummer eins trotz aller gegenrede trotz allen fluchen und schimpfens seine füße widerwillen fortgezogen und mußte jenem folgen in den schwarzen schlund hinab hier gingen sie nun im finstern wohl eine stunde lang immer steil bergab endlich wurde es heller um sie her ein bläuliches licht erfüllte die ungeheuren gewölbe ohne dass sie sahen wo es her kam und bei diesem schimmer wurden sie inne daß die wände neben ihnen und die decke über ihrem haupt und der fußboden auf welchem sie gingen ganz und gar aus toten gebeinen bestanden große haufen davon lagen überdies noch hier und da am wege hier liegt die alte heidenwelt begraben sagte bolko der zweite und sie gingen immer weiter bis an ein hohes eisernes tor das Raimund nicht zu öffnen vermochte er zog daher sein schwert und schlug dagegen es gab einen lauten klang der weithin durch die glüfte dröhnte und im augenblick kam leben in die toten beinhaufen um sie her sie fingen an sich zu bewegen rasselten und klapperten durcheinander und setzten sich endlich in unzählige gerippe zusammen die von allen seiten drohend auf Raimund und seine Gefährten eindrangen bolko schrie laut auf vor entsetzen und wollte sich hinter seinem herrn verbergen allein bolko der zweite zog den degen und warf sich keck der andringenden schar entgegen und so musste jener trotz seiner todesangst ihm nach und wacker einhauen auf den feind dabei ging es nun ohne manchen tüchtigen puff und schlag und ohne manche klappernde ohrfeige von den knochenhänden nicht ab und bolko schrie so oft er getroffen ward wie ein gespießter und bat die gestrengen herren toten gerippe sie möchten doch barmherzig sein und es ihnen nicht entgelten lassen er könne ja nicht dafür er müsse tun was jener verdammte kobold täte indes fing zu Raimunds Füßen der Boden an zu wanken und teilte sich empor und aus der Tiefe stieg ein bleiches Riesenhaupt mit einer eisernen Krone das schüttelte sich die Erde aus den grauen struppichten Haaren tat die Augenlider auf starrte Raimund mit halb gebrochenen Augen an und sprach mit dumpfer heiserer Stimme warum störst du mich im Schlaf und da Raimund noch ein wenig entsetzt nicht gleich zu antworten vermochte hob sich die Gestalt immer höher aus ihrem Grabe und er sah daß sie mit einem Panzerhemd von Totenbeinen und eisernen Ketten bekleidet war in ihrer Rechten trug sie einen Wurf Pfeil Raimund ermannte sich und rief gib das Schwert heraus das hier verborgen liegt denn ihm ist bestimmt zu herrschen auf der Erde und drang dabei mutig auf die Gestalt ein doch als er sie mit der Spitze seines Schwerts berührte fühlte er plötzlich seinen Arm gelähmt es ward ihm dunkel vor den Augen seine Knie zitterten er bebte zurück und die Gestalt schwang hohnlachend den Wurfpfeil um ihn zu durchbohren da 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 war ihm plötzlich als hörte er die Stimme seiner Mutter die ihm Mut einsprach und schnell riss er die Alpenrose von ihrem Grabe aus der Scherpe Mut und Leben kamen in seine Brust zurück und er unterlief den geschwungenen Pfeil berührte die Gestalt mit seiner Rose und im Augenblick war sie versunken und verschwunden rasselnd stürzten zur gleichen Zeit die Gerippe hinter ihm zusammen und vor ihm sprang die eiserne Pforte weit auf er trat in eine weite Halle von grauen Basalt Pfeilern gebildet und sah in der Mitte derselben eine eherne Truhe stehen worin wie er wußte das Schwert verwahrt lag das er suchte schnell ging er darauf zu und fasste den Deckel doch in dem Augenblick erschallte ein über allemaßen entsetzliches Wegeschrei von allen Seiten rote Blitze fuhren prasselnd aus dem Boden und sprangen von der Decke herab Donnerschläge krachten um ihn her die Erde bebte kräßliche Gestalten rauschten an ihm vorüber und gelten ihm ihr furchtbares Weh in die Ohren fast wollten ihm die Sinne vergehen dennoch aber hob er mutig den Deckel auf und fasste wie ein Kreuz gebildet war und auf seiner Klinge gleichfalls ein goldenes Kreuz eingeschlagen trug indem er es aber ergriff geschah ein gewaltiger Schlag der Boden versank rings um ihn die Gewölbe stürzten ein und er stand in schwarzer Finsternis und dumpfer und dumpfer scholl das Krachen der Felsentrümmer zu ihm herauf die in den Abgrund hinab rollten endlich war es ganz still dass er das Klopfen seines Herzens hören konnte so stand er eine Weile fast betäubt dann fühlte er mit dem Schwerte nach allen Richtungen um sich her und ward gewahr dass er auf einer schroffen Felsenspitze stand rings um ihn herum der Abgrund so dass er an der Möglichkeit verzweifelte von hier zu entkommen und dem langsamen qualvollen Tode entgegensah in dieser grässlichen Einöde da fing auf einmal die Alpenrose die er noch in der Hand trug mit einem rosenfarbenen Schimmer zu leuchten an und bei dem Schimmer sah er daß in geringer Tiefe unter ihm zwei Basaltpfeiler beim Zusammenstürzen sich aneinander gelehnt hatten und so eine schmale Brücke über den Abgrund bildeten freudig und mutig stieg er hinab und betrat die Brücke die kaum einen Fuß breit war unten in der Tiefe begann es von neuem zu rauschen und zu toben graue Schatten schwirrten vor ihm hin und her und langten und schnappten nach ihm und suchten seinen Blick zu verwirren und zu gleicher Zeit war es ihm als hörte er Wolfgangs und Torhildens Stimme die ihn drunten um Hilfe riefen er ließ sich aber nicht irre machen hielt die Augen stets auf seinen schmalen Pfad geheftet und gelangte so glücklich auf die andere Seite dort war er nicht lange gegangen als er seine beiden Gefährten antraf die ihn schon verloren gegeben hatten sie erreichten den Ausgang der Höhle fanden die Rosse wieder und trabten nun wohl gemut ihren Weg gerade nach der Burg des Königs Gisel her Ende von Teil 4 gelesen von Hokus Pokus Teil 5 von Das Schwert und die Schlangen von Karl Wilhelm Salice Contessa Diese LibriVox Aufnahme ist in der Public Domain Achtes Kapitel Beschluss Als Raimund das stattliche Gebäude auf seinem Hügel vor sich liegen sah da schlug ihm das Herz vor freudigem Mut und Erwartung Dor Hilda empfing ihn und indem sie ihn zum Könige führte erzählte sie daß es ihr zwar gelungen sei durch die wundervollen Töne der Laute ihres Vaters Schmerzen zu lindern ja sogar oft ihn damit in einen kurzen Schlummer zu lullen daß aber nach wie vor die beiden Schlangen sich jede Nacht einstellten zu dem entsetzlichen Mahl und der alte König mit Sehnsucht ihm entgegensehe als auf den seine letzte Hoffnung gestellt sei Raimund fand den König beim Bankett von vielen Rittern und Frauen umgeben der Becher ging fleißig um eine lustige Musik ließ sich dazu hören denn auf diese Weise suchte der König sich zu betäuben und die schrecklichen Nächte zu vergessen die seiner harten mit Tränen hieß er seinen Kämpfen willkommen und eine freudige Röte stieg auf seine bleichen abgezehrten Wangen indem er Raimunds jugendliche und doch so kräftige Gestalt betrachtete und das Schwert Er verlangte daß er erst einige Tage ausruhen und Kräfte sammeln sollte zum Kampfe allein Raimund dem die Tränen des Königs auf dem Herzen brannten und der wieder an Wolfgangs Sprüchlein dachte selbst hintereinander und behend die bringen alles wohl zu end Raimund setzte gleich dieselbe Nacht dazu fest und als es begann finster zu werden da wurden auch die Gäste in der Halle immer stiller und als Mitternacht herankam schlich einer nach dem anderen sich davon die Musik verstummte die Halle ward leer selbst die Diener des Königs verließen die Burg und alle miteinander begaben sich auf einen nahen Hügel dort den Ausgang zu erwarten und endlich war niemand mehr bei dem König als Thor Hilda und Raimund dieser aber ging jetzt hinaus und befahl Bolko ihm zu legen und als dies geschehen ging er in die große Waffenhalle die an des Königs Gemächer stieß und mit vielen Fackeln hell erleuchtet war denn hier wollte er seinen Feind erwarten er trat an ein Fenster welches die Aussicht über den Hof hinweg in das freie Feld gab dunkle Wolken zogen langsam am Himmel hin dazwischen schaute der Mond dann und wann klar und freundlich herab und als er jetzt eben wieder hell in die Gegend schien wurde Raimund zwei glänzende streifen gewahr die nebeneinander über das feldher wie zwei schnell rinnende Wasserbäche auf die Burg zukamen und und indem er noch zweifelte was dies sein möchte zeigte es sich schon ganz nah und er merkte nun dass es die Schlangen waren die ungestüm herbeischossen und deren Schuppenhaut so im Mondlicht glänzte es dauerte auch gar nicht lange da sah er ihre gräulichen Häupter die sich hoch über die Burgmauern schoben dann sich auf der anderen Seite herab senkten und den langen und er hatte kaum Zeit von dem Fenster zurück zu treten und sein Schwert mit dem Kreuze zur Hand zu nehmen da hörte er sie schon die steinerne treppe heraufrauschen als ob es eine schar gewappneter männer wäre und aufsprang die tür und in hundertfachen ringen sich durcheinander schlingend und sich drängend quollen die ungeheuren Leiber durch die öffnung bäumten sich dann in die Höhe und schienen einen Augenblick zu stutzen über die ungewöhnliche Beleuchtung und über den Ritter der sie festen Fußes erwartete plötzlich aber schossen sie kräßlich zischend auf Raimund zu ihn zu umstricken doch Raimund empfing sie mit einem gewaltigen Kreuzhieb der beide traf und obgleich sein Schwert von ihrem Schuppenpanzer abprellte ohne sie zu verletzen wichen sie dennoch also gleich zurück ringelten sich aber nun bald in weiten bald in engen Kreisen mit Blitzess Schnelligkeit immer um ihn herum und zwangen ihn dadurch dass er sich gleichfalls rastlos bald da bald dorthin drehen und wenden mußte um überall mit dem Schwert ihrer gewärtigt zu sein so dauerte der Kampf lange Zeit unentschieden bis Raimund seinen Arm matt werden fühlte und immer matter seine Brust keuchte die Last der schweren Rüstung drückte ihn zu Boden und seine Bewegungen wurden langsamer und immer schneller und in immer engeren Kreisen umringelten ihn die beiden Ungeheuer endlich wurde es ihm ganz dunkel vor den Augen kalter Schweiß trat an seine Stirn in gänzlicher Erschöpfung sank er in die Knie das Schwert glitt aus seiner Hand wütend schossen die Schlangen auf ihn los er gab sich verloren da in dem Augenblick erklangen aus dem Nebengemach Torhildens Lautentöne in mächtigen Akkorden die Schlangen horchten und standen still und Raimund dem die Töne neue Lebensglut in die Brust strömten fasste sein Schwert riss sich empor und mit starkem Willen die letzten Kräfte zusammenraffend hieb er mit einem Streich den Ungeheuern die goldenen Kronen von den Häuptern und und rohe Meer mit lauter Stimme. Da strömten Herren und Diener, Männer und Frauen mit frohem Getümmel herzu, und die ganze Burg erschallte von lautem Jubel, und so begleiteten sie Raimund zum König. Dieser heftete seine Lippen voll Inbrunst auf das Schwert mit dem Kreuze, umarmte dann seinen Ritter, legte Thorhildens Hand in die Seine und ernannte ihn vor allem Volke zu seinem Erben und Nachfolger auf dem Throne. Doch auf einmal, mitten in dem Jubel, sprengten Eilboten in die Burg, traten vor den König und meldeten, dass ein feindliches Heer in das Land gefallen und bereits ganz in der Nähe sei, und es überall seiner Absicht verkünde, den König vom Throne zu stoßen, den er wieder rechtlich besitze. Auf diese Botschaft griffen Schreck und Bestürzung um sich unter denen, die zugegen waren, und der König neigte sein Haupt auf die Brust und sprach, »Der Himmel ist noch nicht versöhnt.« Raimund aber redete allen Mut ein und bat den König schnell, seine Mannen aufbieten zu lassen. Er selbst wolle mit den anwesenden Rittern und allem, was in der Burg die Waffen zu tragen vermöge, sogleich hinausziehen dem Feind entgegen, und sehen, was vielleicht indes mit Gott zu tun sei. Es geschah, wie er versprochen, und an der Spitze seines kleinen Häufleins zog er aus der Burg. Sie hatten nun eben erst die nächste Anhöhe erreicht, da sahen sie schon einen Teil des feindlichen Heers im Tale halten, und hinter demselben, und rechts und links zeigten sich große Staubwolken, und daraus hervor blitzten in der Morgensonne die Waffen heranrückender Scharen. Ein Herold tritt ihnen bald entgegen und fragte an, ob sie kämen, sich ihrem rechtmäßigen König zu unterwerfen, denn dieser sei im feindlichen Lager. Und falls sie dort sich mit eigenen Augen und Ohren davon überzeugen wollten, biete er ihnen im Namen seines Herrn sicheres Geleit an. Doch Raimund entgegnete unwillig, auf eine Frage, die mit dem Schwert in der Hand an ihn getan werde, wisse er auch nur mit dem Schwerte zu antworten. Wenn dem feindlichen Heerführer danach gelüste, so möge er sich ihm stellen, Mann gegen Mann, dann wolle er ihm nach Kräften Bescheid tun. Den Weg aber ins feindliche Lager hoffe er bald auch ohne Geleit zu finden. Und der Herold war kaum bei den seinigen wieder angelangt, da sprengte ein Ritter in schimmernder Silberrüstung ganz allein rasch aus dem Haufen hervor ins flache Feld zwischen ihnen und dem feindlichen Heer. Sogleich führte Raimund seine kleine Schar die Anhöhe hinab, ließ sie am Fuße derselben Halt machen und sprengte allein dem Ritter rasch entgegen. Er sah bald, dass dieser keine Lanze führte und es also auf einen Kampf mit dem Schwerte abgesehen sei, warf daher die Seinige gleichfalls von sich, und so ritten sie in gestrecktem Lauf gerad aufeinander los. Doch als sie sich auf wenige Schritte nahe gekommen waren, hielten sie beide an und wogen einander mit den Blicken, und Raimund freute sich der hohen königlichen Gestalt des Gegners. Hierauf zogen sie beide rasch den Helmsturz herunter und griffen zu den Schwertern, den Kampf zu beginnen. Da rief plötzlich der Ritter »haltet ein« und warf sein Schwert in die Scheide zurück. »Ihr blutet«, fuhr er fort, »nicht Ehre brächt es mir, mit einem schon Verwundeten zu kämpfen.« Voll Verwunderung sah Raimund in der Tat das Blut an seinem Panzer herabrieseln. Doch wurde er bald gewahr, daß es aus der Scherpe kam, worin er seine Alpenrose verwahrt trug. Er zog sie schnell hervor, und siehe, traurig neigte die Rose das Haupt, und helle Blutstropfen standen auf ihren Blättern. In dem Augenblick vernahm er lautes Rufen von der Seite, und zwei Reiter jagten herbei und schrien schon von Weitem »haltet ein«. Und Raimund erkannte in dem einen Meister Ezelino und in dem anderen aber seinen Vater Wolfgang. Sie warfen sich sogleich zwischen die beiden Kämpfer, und Ezelino rief »Prinz Gundibert, was willst du tun? Es ist dein Sohn!« Wolfgang aber fasste Raimunds Arm, nahm ihm das Schwert aus der Hand und sprach »Gegen wen streitest du, Raimund, dieser dort ist dein Vater, nicht ich!« Und dann, sich an den Fürsten wendend, der vom Pferde gesprungen war und dessen Hand an seine Brust drückend »So lebt ihr wirklich«, rief er, »mein teurer Fürst und Herr, und diese alten Augen sehen euch wieder, die euren Tod so oft und so lange beweint. Kommt nur, er ist's! Es ist Raimund, euer Sohn, den ihr meinen Händen anvertraut, und ich jetzt euch wiedergebe.« »Und seine Mutter?« rief Prinz Gundibert. »Sie hat euch ihr Bild zurückgelassen, als sie ging«, entgegnete Wolfgang langsam mit niedergeschlagenen Augen und nahm Raimunden den Helm vom Haupte. Da sah der Vater seines Sohnes herrlich blühende Züge. Er erkannte der geliebten Mutter teure Züge, und neben die freudige Gegenwart stellte sich wehmütige Erinnerung. Und tief bewegt von Schmerz und Lust schloss er den Sohn in seine Arme und hielt ihn lange schweigend fest. Dann richtete er sich empor, reichte den beiden Freunden dankend seine Hand und erzählte ihnen mit kurzen Worten, wie er den Nachstellungen seines Bruders nur durch die Flucht übers Meer entgangen sei, wie er nach vielen seltsamen Abenteuern endlich zurückgekehrt und Schutz und Hilfe gefunden bei dem König von Burgund, der ihm ein Heer ausgerüstet habe, sich damit sein angestammtes Königreich wieder zu erwerben. »Ihr kommt zu spät«, unterbrach ihn Ezelino lächelnd, »euer Sohn hat sich's bereits erworben. Denn als ich ihm und seiner Mutter und Wolfgang, dem treuen Diener, eine sichere Freistatt bereitete in meinen Bergen, da schwur ich es dem Andenken an unsere alte Freundschaft zu, daß euer Sohn die Krone tragen soll, die für euch bestimmt war, doch sollte er sie sich erst vorher verdienen. Und wahrlich, das hat er getan, mit Ruhm und Ehren.« Und nun, in dess sie mit einem frohlockenden Gefolge, das sich um sie versammelte, der Burg zuschritten, erzählte Meister Ezelino, wie sich alles zugetragen, und Raimund erkannte wohl, daß seine Vermutung ihn nicht betrogen, und daß Meister Ezelino niemand anders sei als der Berggeist, den er in Sagen und in Liedern von frühester Jugend an gekannt, und dessen Treiben und Wirken er mit schauerlicher Lust sich oft so nahe geahnt hatte. So waren sie bis vor das Tor der königlichen Burg gekommen. Da trat König Giesel her aus dem Tor, von seiner Dienerschaft und unzähligem Volk umgeben, gingen ihnen entgegen, und indem er sich vor seinem Bruder auf ein Knie niederließ, nahm er die Krone von seinem Haupte und legte sie zu seines Bruders Füßen. Als Prinz Gundibert aber den König in dieser demütigen Gestalt erblickte und ihm in das bleiche, abgezehrte Gesicht sah, da schwand Kroll und Rache aus seinem Herzen. Er sprang vom Pferde, hob ihn auf und verzieh ihm, wollte auch die Krone nicht von ihm annehmen, sondern verlangte, daß Raimund und Thorhilda den Thron besteigen und miteinander herrschen sollten. Doch Raimund rief mit lauter Stimme, da sei Gott für, daß ich jemals zu herrschen begehre, solange mein Vater noch lebt. Und das ganze Volk jauchzte ihm Beifall zu und rief Prinz Gundibert zum König aus. König Giesel her aber bat seinen Bruder, daß er ihm vergönne, ein Kloster zu bauen im Walde an der Stelle, wo er einst die Schlangenhöhle gefunden, damit er dort, nachdem er ein Christ geworden, den Rest seines Lebens dazu verwenden möge, sich mit dem Himmel zu versöhnen. Darauf führte der sie alle in die Burg, denn heute noch einmal sollten sie seine Gäste sein. Und indem sie hineinzogen, ward Meister Ezelino Freund Bolko gewahr, reichte ihm lachend die Hand und sprach, »Nun, Bruder Bolko Nummer eins, gib deinem Bolko Nummer zwei nur immerhin freundlich die Hand und halte mir den Scherz zu gut. Zur Schadloshaltung verehre ich das Dachsrenzlein dir und deinen Nachkommen. Halt es in Ehren und gebrauche es mit Verstand.« Und Bolko hielt das Dachsrenzlein in Ehren und gebrauchte es mit Verstand, und es erhielt sich bei seiner Nachkommenschaft lange Zeit, bis es endlich, man weiß nicht wie, abhanden gekommen ist. Ein Gleiches aber geschah auch mit dem Schwerte Raimunds, der nach seines Vaters Tode lange Jahre regierte, als ein weiser, tapferer und gerechter König. Das soll, wie man sagt, in neuern Zeiten ganz verloren gegangen sein. Und so können wir zum Schluss nichts Besseres wünschen, als allen wackern Dichtern und Sängern, daß sie das Dachsrenzlein, allen wackern Königen und Fürsten aber, daß sie das Schwert wiederfinden mögen, sich selbst zu Nutzen und Frommen und der Welt zum Heil. Ende von Teil 5 Ende von »Das Schwert und die Schlangen« von Karl Wilhelm Salice Contessa Gelesen von Hokus Pokus